hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zu einer neuen folge nightingale wir haben uns jetzt ein bisschen ausgerüstet haben bisschen was im off gemacht minimal und jetzt gehen wir die nächste quest an und wir damit ist die liebe wali gemeint hallo und der liebe wo und servus grüße und natürlich ich so auf geht's den blauen riesen wieder gesehen da hinten wollte jetzt kurz bei dem vorbeigehen gucken was okay ich wollte nur fragen weil er ist da hinten rum der blaue riese warum wahrscheinlich wieder essenz ja kannst ja auch so sammeln oder stöckchen stöckchen ist auch nicht schlecht und dann wenn du 100 zusammen hast du es extrahieren weil so viele stöckchen brauchen wir nicht und die sammelste ja auch schnell von hand ich hatte wieder besuch Ja. Wölfe. Wölfe. Ja, gibt Leder. Brauchen wir noch. Achtung! Und noch einer. Ja, es sind immer drei. Genau. Hast du aufgesammelt? Ja. Ah, der Mohawk-Kader ist das andere hier aufgesammelt. Sehr gut. Und weiter geht's. Und Nina wirfst wieder Bäume. Ja, egal. Einfach weiterlaufen. Die sammelt die dann, wenn man genug, also lange genug dasteht, sammelt sie sie ein. Und das ist ganz praktisch. Da musst du nie Holz sammeln, weil sie macht's nebenbei. Okay. Aber du musst halt in der Nähe bleiben, sonst packt's halt niemand ein. Ja, und ich muss hier auch mal wieder ausleeren. Weil sie vergisst manchmal einzupacken. Ja. Ja. Darfst du nicht vergessen zwischendurch, äh. Weil Holz kann wir gut gebrauchen. Ist ja nicht schlecht, dass es sammelt, aber... Trägt uns bin ich auch mit nach Hause, ja? Ja, sie trägt's ja rum. Aber das Problem ist, man muss sie auch zwischendurch ausladen. Mhm. Der, dem, dem Menschen, den sie gehört, muss auch was tun. Ja. Aber noch kann sie nicht so voll sein. Wir haben ja gebaut. Das geht schon. Ja. Dann los geht's. Ich warte auf euch oben. Wartet, wartet. Wartet. Ihr seid echt langsam. Nur weil du das meiste schon weißt. Wie viel? Wie viel? 172. Ah, optimal. Wie viel? Wir warten? Erste Schritte der Initiierten. Ich lese das mal jetzt nicht vor. Ähm, und strolle einfach mal ganz langsam nach unten. Dann kann sich das jemand selber durchlesen. Ah, und äh... Ich muss das Video einfach kurz stoppen, wenn ihr das lesen wollt. Und hier drin hat's auch noch was gehabt, wieder zum Lesen. Ja. Ja. Das ist, äh... Das ist, äh... Das ist, äh... Da hinten wäre eine Kiste, Flumina. Genau. Ja, Moment. Wird ich da einfach runtergesprungen, oder wie? Ah, nee. Der andere da ist runtergesprungen. Einmal da Kiste looten. Im Eck. Genau. Ich hab's jetzt extra nicht aufgekommen, dass du sie zeigen kannst. Sehr schön. Einfach mal gucken. Ich bin unterkühlt. Ja. Ja, wir haben ein bisschen kalt. Irgendwie. Nina, hast du mich grad erschrocken. Kalt Musik. Seid ihr so... Ah, nee, seid noch nicht so weit. Ich warte auf euch. Ja, ja, ihr könnt da unten bombardieren, so viel ihr wollt. Oh mein Gott. Können wir jetzt da runter springen, oder was? Nein, ihr solltet, äh, erst mal, äh, geradeaus springen. Und dann kann man immer noch nach unten. Okay. Also quasi immer einmal im Kreis laufen. Das ist am einfachsten. Blöken. Uah. Ja... Ist haustIn! Alles gut, macht nix. Hab ihn schon! Was macht 갖고 zu suchen? auch da geht es runter das ist ja schön ja die portet sich dann ich habe hier noch eine truhe gefunden ich habe es jetzt mal mit man tränke drin ja sorry alles gut genau da waren heiltränke und so drin da müssen wir dann auch eine kiste aufstellen damit man die da reinpacken kann ja dann würde ich sagen wenn einer schon hier hinten war dann gehen wir gleich ganz runter hier ist nichts genau nach unten da war nichts nicht vergessen alles schon einsammeln erntewerkstatt karte ich wollte gerade sagen ging es glaube ich schon ein zweiter runter kommst du flummi hier oben haben wir alles hier drüben gibt es noch eins nach unten ja der mit dem messer ist fies aber ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe ich habe hier so wahnsinnig wenige FTFs das weiß ich nicht ich glaube es ist einfach die beleuchtung dass so viele strukturen hier geladen werden generell seit dem letzten update also das erste mal ging es super gut und jetzt geht es super schlecht jetzt sich die die auflösung die einstellung irgendwie was verändert ja guckst noch mal nach bevor wir gleich hier starten noch nicht anklicken auch das echo nicht doch das kannst du aber halt hier nicht ja also sonst äh genau doch das echo könnt ihr einsammeln ich dachte nur äh das andere wäre schlau nicht anzuklicken ja probier mal die top person wieder auszumachen weil die habe ich nämlich ja letztens nicht angehabt ja versuch mal ohne genau vielleicht macht die das weil das so vielleicht nicht vorgegeben ist vom spiel weiß ich nicht ja es ist nicht wirklich viel besser also ich habe keine so einbrüche keine ahnung was ist bei dir und könnten sie dann den startknopf drücken sobald sie dann soweit sind aus delen dir drücken weiter startknopf da genau genau liegt 1 2 2 2 Das war's für heute. das tod ja pass auf die da weg das war quasi unser erster bosskampf leute und Puck ist wieder da ah ich sehe ihn ich sehe ihn noch nicht, aber ich muss erst hier genau, dann siehst du ihn das kannst du ja von mir auch vorlesen das da steht wenn es mag muss da aber nicht oh well done realmwalker well done your deed befits the title and the wider realms are within your reach ah but you feel I've foxed you betraying no foresight of the dangers held within these walls listen for I come with broom before to sweep this dust behind the door though I did smirk watching from the shadows I was heartened to a spy that my gifts are not wasted on thee our partnership blooms with the seal of a most fruitful requital that's all right that's all right assurances in hand press onward mark inky images upon paper and so direct the flow of the interrelink void that's all right might I suggest for your first foray a forest augmented by your new antiquarian knowledge there are others there are others like you lost refugees strangers to these fey wilds so too are there more seasoned realmwalkers who might point you toward nightingale better than I go then with newly fashioned cards awaken yonder portal and tread on toward that which is boundless beyond the measurable so we have now the chance our recruit to get the 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 next quest yes all the 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 small einfach zum standort zurück ich bin am ausladen das fetzt ja richtig das heißt wir werden im idealfall dann würde ich aber passend an dieser stelle sagen wir würden diese folge für heute beenden und jetzt noch ein bisschen ausladen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder meine lieben ihr kennt das prozedere gerne im kanal folgen gerne kommentar hinterlassen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dann ist dann